Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Samstag, es ist eigentlich schon relativ spät am Tag. Olli hat schon sauber gemacht und ich habe meinen Kopfzettel geschrieben. Ich sehe irgendwie total wüste aus, also auf dem Kopf, so in der Kamera. Ich habe immer noch Locken und ich weiß nicht so genau, was ich damit machen soll, deswegen lasse ich es ja einfach offen. Passt schon irgendwie, ich habe so Notenhaargummi mit. Und ja, wir werden uns jetzt auf den Weg machen, ein bisschen was einkaufen für die kommende Woche. Olli bekommt ja Montag seine Weißheitszähne raus, das heißt, großartig einplanen, was Essen angeht. Muss ich ihn in dem Sinne dann ja nicht. Wir haben vorher, Olli hat vorhin gewischt und der weiße Fußboden sieht schon wieder aus. Denn im Bad jetzt hier, geht gar nicht. Naja, wir haben nämlich hier unsere Vorleger, die haben wir vorhin gewaschen. Ja, egal. Das ist der Olli. Er geht einfach vorbei. Sagst du mal Hallo? Hallo. Ja, und wir machen uns jetzt einfach mal direkt auf den Weg. Leute, es tut mir so mega leid. Ich habe den ganzen Tag nicht mehr gewloggt. Wir haben es mittlerweile, 2 Uhr 5. Wie war das mit dem Spiel? Ja. Nächstes Mal. Wir haben Besuch gehabt, liebe Kim war da. Die haben wir jetzt gerade noch nach Hause gebracht und jetzt werden wir ins Bett gehen. Tun wir das? Ja. Nämlich schon spät. Nein. Doch. Es ist Wochenende. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist, naja. Morgen ist schon Sonntag, ne? Ja. Ja. Ich schließe. Äh, ja, wir müssen jetzt unser Bett wieder abräumen. Ich hab die. Spitz. Hi, Mucki. Die liebt das total, wenn wir das Bett gemacht haben. Aber wir machen es nicht. Nee, eher selten. Hottel? Hallo. Hallo. Mucki, sollen wir dich mit einrollen? Ja. Alles klar. Ich muss mich jetzt noch abschminken. Und ich glaube, Mucki hat mir, Nala hat mir vorhin mein erstes Loch in mein T-Shirt gemacht. Ernsthaft? Weil sie hängen geblieben ist. Sie ist hängen geblieben? Ja. Oh, Nala. Hier. Die kleine, doofe Katz. Ich kenn ja den. Guck mal, der Dreckfinder. Der hat zum Fluten. Nala. Keine Angst, du hattest deine Medikamente schon, Mousi. Ja, Leute. Es tut mir wirklich leid. Wir haben gechillt. Wir haben noch einen Film geguckt. Olli und ich haben schon früh Abendessen gegessen. So, um 16 Uhr. Ja. Ja, mach mal. Es ist total schwül draußen, Leute. Das ist richtig komisch. Das ist nett. Aber, liebe Kinder, falls du das hier siehst, dringend Wiederholungsbedarf. Nein, Nala. Nala. Baby. Nein. Jetzt aber schnell. Also, wir werden es jetzt fertig machen, dann ins Bett gehen. Deshalb, meine Lieben, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich hoffe, morgen wird der Vlog wieder etwas länger. Oder, mein Schatz? Ja, mein Schatz. Du bist so klein, ich kann nicht so machen wie du. Okay, Leute. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.